Juchhe auf der Hohenalm Eine Fahrt mit dem Karussell, ein Einkauf bei den vielen Marktständen oder der Genuss von Gegrilltem, so lässt es sich leben. Juchhe auf der Hohenalm Bei Spiel, Spaß und Unterhaltung lassen sich so manche Freundschaften knüpfen. Was gibt es da Schöneres, als bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein die Natur zu genießen? Die Erde geht, die lieben wir schon sehr, doch die Neigierigkeit von manchen Leuten zu verstehen, das fällt uns heute leider schwer. Vom Süd und Norden kommen sie gegen Horden, die holt nix auf, ja ein Jahr aus. Und so manche versteckt die Schuhe, steht die Berge so, doch mit dem Steirerland sind sie auch du. Juchhe auf der Hohenalm Juchhe, schau es auf die Freund Juchhe, siehst du so mal боль Juchhe, bist du weh Juchhe auf der Hohenalm Juchhe, schau es auf die Freund Juchhe, siehst du so mal боль Juchhe, bist du weh Jeder Schuss ein Treffer, dafür kann es keine Garantie geben, aber garantiert ist, dass der Almhauskirtag ein unvergessliches Erlebnis bleiben wird. Also, rauf auf die Hohe Alm zum Almhauskirtag, ein Tag voller bleibender Eindrücke.